Es ist Doppelspieltag. Wir spielen am Freitag in Saarlouis, am Sonntag zu Hause in unserem Wohnzimmer gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim. Und deshalb gibt es ausnahmsweise mal vor dem Auswärtsspiel eine Folge Fernhof Aktuell. Heute mit Tim Satison. Los geht's! Ja Tim, wir müssen nochmal auf den schönen Kabinentalk zurückgreifen. Tim, ich wollte dich eigentlich zu Hause besuchen, aber du bist aktuell vormittags ziemlich ausgebucht. Was ist da los? Ja, ich sitze momentan an meiner Bachelorarbeit. Die schreibe ich hier für unseren Partner, für die Firma Georg in Buschütten. Und da bin ich momentan ziemlich im Unistress, dass ich die rechtzeitig fertig bekomme. Dann drücken wir dir dafür schon mal die Daumen, dass du das alles packst. Was meinst du, wann ist Abgabetermin? Schaffst du das alles? Ja, also das ist Anfang Juni irgendwann und noch bin ich im Zeitplan. Insofern sollte das kein Thema sein. Gut, dann widmen wir uns jetzt mal den sportlichen Dingen. Wie war die Trainingswoche jetzt vor dem Saarlouis-Spiel? Ja, sehr gut. Am Anfang natürlich legen wir eher den Fokus zur individuelle Arbeit und dann Richtung Wochenende geht's dann immer mehr auf die Spielvorbereitung oder den Gegnervorbereitung. Heute haben wir uns dann nochmal mit Saarlouis beschäftigt. Am Samstag werden wir uns dann nochmal im Training mit der Friesenheim beschäftigen und dann sind wir guter Dinge. Positive Nachricht auch, wir haben die Lizenz bekommen für die zweite Liga, für die Saison 2017-2018. Das heißt, ihr könnt euch jetzt vollkommen auf Sportliche konzentrieren und jetzt liegt es an euch. Genau, also mit der Lizenz hatten wir ja vorher schon nichts zu tun. Unser Job ist hier, dass wir die Klasse halten, dass wir dann... Aber vielleicht hat das ja mal so ein bisschen im Hinterkopf gespielt, auch mit anderen Mannschaften, dass die vielleicht die Lizenz nicht bekommen, dann vielleicht sogar der vierte Abstiegsplatz reicht, um drin zu bleiben. Aber jetzt ist halt klar. Ja, natürlich macht man sich da auch seine Gedanken über die anderen Teams, ob die die Lizenz bekommen, ist natürlich schön oder was heißt schön, aber kann vielleicht für einen von Vorteil sein, wenn da ein Team keine Lizenz bekommt. Das ist aber nicht unser Fokus oder Anspruch, dass wir da auf das Scheitern von anderen Teams setzen. Wir setzen da voll und ganz auf uns und wir wollen da am Ende über dem Strich stehen, egal was die anderen machen. Ja, Tim, was muss denn da jetzt noch passieren, damit man die nötigen Punkte holt? Also ihr müsst ja noch ziemlich viele Punkte holen. 21 haben wir jetzt. Ich würde mal schätzen so 32 brauchen wir mindestens. Ja, was muss da jetzt passieren? Ja, es ist natürlich immer so schwer zu sagen, wie viele braucht man. Am Ende sind wir nur drei Punkte hinter den Nichtabstiegsplätzen. So gesehen, würden uns theoretisch vier lang. Natürlich wissen wir, die anderen werden auch punkten und insofern müssen wir gucken. Wir müssen einfach auf uns gucken und wir müssen unsere Fehler abstellen, die wir in den letzten Spielen zu häufig gemacht haben und noch das letzte bisschen mehr Aggressivität in die Abwehr bringen, damit wir dann auch eben so ein Spiel wie gegen Neuhausen auch für uns entscheiden und nicht leider Gottes, kann man so sagen, nur mit einem Unentschieden dann am Ende des Tages nach Hause gehen. Was mich trotzdem noch interessiert ist, dass wenn man mal auf die Tabelle guckt, das ja theoretisch sein könnte, vorausgesetzt man verliert jetzt beide Spiele am Wochenende, dann könnte das Ding auch schon durch sein normalerweise. Ist das Thema im Team? Ja, natürlich macht man sich so und so auch die Gedanken überlegt, okay, wenn wir zwei Spiele gewinnen, dann sind wir super dabei, aber auf der anderen Seite, wenn wir beide verlieren, ist das vielleicht auch noch schon gegessen, zweite Liga, aber ja, das bringt nichts, sich da irgendwie in den Kopf zu machen, hätte, wenn und aber. Wir müssen zusehen, dass wir die Punkte holen, wenn wir sie nicht holen und unsere Gegner verlieren auch und wir sind übermorgen immer nur noch drei Punkte zurück, ist da natürlich auch noch alles offen, also solange da theoretisch alles drin ist, werden wir auch alles dafür geben, dass wir am Ende über dem Strich stehen. Okay, was erwartet euch denn in Saarlouis? Wie schätzt du die Mannschaft ein? Was sind so die Stärken? Es ist eine sehr starke Mannschaft, ist körperlich vielleicht nicht ganz so robust oder nicht ganz so wie jetzt Neuhausen, die haben aber sehr gute individuelle Spieler wie auch der Faulenbach und der Spanier oder auch der Müller, der Linkshänder auf halb rechts und da müssen wir aufpassen, da müssen wir die nötige Aggressivität einfach an den Tag legen, dass wir die gar nicht so weit zum Zuge kommen lassen und die sind eben sehr eins gegen eins stark, die kommen sehr viel übers eins gegen eins und auch gerade der Faulenbach, der kann aber eben auch aus zehn Metern mal das Ding reinwerfen, da müssen wir eben frühzeitig attackieren und zusehen, dass sie nicht zum Zuge kommen.